Was ist ein Venensucher? Ein Venenfinder ist ein medizinisches Gerät, das Ärzten im Gesundheitswesen dabei hilft, Venen schnell zu finden. Dies erleichtert den schnellen Zugang zu Venen in Notsituationen, in denen jede Sekunde zählen kann und Patienten möglicherweise gesundheitliche Probleme haben, die das Auffinden von Venen erschweren. Venenfinder können auch verwendet werden, um routinemäßige Blutabnahmen und andere medizinische Verfahren zu erleichtern, um den Patienten Komfort und die Effizienz des Verfahrens zu erhöhen. Diese Geräte können auf verschiedene Arten arbeiten. Der klassische Venensucher besteht aus einem Gerät mit einer sehr hellen Beleuchtungsquelle, die gegen die Haut gehalten wird, um die Venen buchstäblich zu beleuchten, da sie sich in hellem Kontrast zum umgebenden Gewebe zeigen. Zusätzlich zu den kundenspezifischen Geräten, die für die Sucher nach Venen mit Licht entwickelt wurden, verwenden Ärzte und Krankenschwestern seit langem Taschenlampen auf die gleiche Art und Weise, in der Regel zu einem Bruchteil der Kosten. Die andere Art von Venenfinder basiert auf Doppler-Radar. Dieses Handgerät wird über die Haut gehalten und sendet Schallwellen aus, die mit dem in den Venen vorbeiströmenden Blut interagieren. Mit dem Handgerät kann ein Arzt im Gesundheitswesen die Einführung einer Nadel in eine Vene führen und sich darauf verlassen, dass sich die Nadel an der richtigen Stelle befindet. Venenfinder werden nicht nur zur Führung von medizinischen Eingriffen wie dem Einführen von intravenösen Kathetern verwendet, sondern können auch in klinischen Studien verwendet werden und zur Kartierung der Venen eines Organismus oder eines Patienten. Forscher, die auf die Details des Kreislaufsystems neugierig sind, können einen Venensucher verwenden, um die Venen und Arterien eines lebenden Organismus zu untersuchen, anstatt einen verstorbenen Organismus zu zerlegen, um die zukunderliegende Architektur des Kreislaufsystems ohne den dynamischen Aspekt von A zu erkennen lebendes Herz. Für Mediziner kann die Verwendung eines Venensuchgeräts viel Zeit sparen und es einfacher machen, sich auf das jeweilige Verfahren zu konzentrieren, als auf die winzigen Details der Venensuche. Sogar erfahrene Ärzte können bei einigen Patienten die Markierung verfehlen, und die Verwendung dieser Art von medizinischem Gerät kann den Patienten Komfort erhöhen, indem mehrere Nadelstiche auf der Suche nach einer Vene eliminiert werden. Die meisten Venenfinder sind so konzipiert, dass sie zwischen Patienten sterilisiert werden können, oder sie haben Einwegkomponenten, die für den Patientenkontakt verwendet werden, und Gehäuse, die regelmäßig abgewischt werden können. Wenn ein Venensucher verwendet wird, sollten die Patienten bestätigen, dass die Komponenten ordnungsgemäß sterilisiert wurden, idealerweise indem sie eine Krankenschwester oder einen Arzt beauftragen, Einwegkomponenten aus ihrer Verpackung zu entnehmen und in den Venensucher einzubauen.